So Freunde, es wird mal wieder Zeit für einen Business Guide. Um genau zu sein geht es heute um das Geldverdienen mit dem Hangar in GTA Online 2023 als Solospieler. Und das funktioniert mittlerweile wirklich richtig gut, wirklich. Mein letzter Hangar Guide ist tatsächlich erst knapp über ein halbes Jahr her, aber zum Los Santos Mercenaries Update kam nochmal eine der wichtigsten Änderungen ever für den Hangar raus, weshalb ich den Hangar jetzt hier hoffentlich zum letzten Mal vor GTA 6 nochmal schön erklären möchte, denn das Unternehmen lohnt sich wirklich und deswegen gucken wir uns das Ganze heute mal an. Ich habe es selber nicht wirklich geglaubt, aber die letzten Neuerungen haben wirklich dafür gesorgt, dass man das Unternehmen echt gut brinden kann, weil man wirklich fett Kohle damit macht. Man kann es tatsächlich betiteln als eines der besten Unternehmen mittlerweile in GTA Online. Ich schaue aktuell, dass ich meine Guides zu den ganzen Unternehmen, die es in GTA Online so gibt, auf den aktuellen Stand bringe, zumindest da, wo es nötig ist. Wie zum Beispiel den Fahrzeughandel. Zudem kam ja vor kurzem auch schon ein neuer Money Guide. Gerne das Video natürlich im Anschluss auch nochmal abchecken. Und da schauen wir uns einfach immer an. Lohnen sich die ganzen Dinger? Wie viel Geld bekommt man da? Und vor allem macht das als Solospieler Sinn? Wie gesagt, heute mal der Hangar und ich würde sagen, wir legen los. Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Let's go. Was braucht man für das Hangar-Business? Logisch, einen Hangar. Dazu geht ihr auf die Maze Bank von Clojus Webseite. Dort filtert ihr dann am besten nach Hangars. Es gibt insgesamt fünf Stück. Zwei davon sind unten am Flughafen von Los Santos und drei in der Militärbasis Fort Senkudo. Die unteren zwei am Flughafen von Los Santos solltet ihr auf jeden Fall euch nicht holen. Das ist Quatsch. Lasst das. Ich empfehle euch ganz klar, den günstigsten in der Militärbasis zu holen. Den habe ich auch. Der kostet euch 2.85.000 Dollar im Normalpreis. Und der kann letztendlich auch das gleiche wie alle anderen. Aber wichtig ist eben, dass wenn ihr euch einen Hangar im Fort Senkudo holt, und ihr dadurch legitimiert seid, euch dort auch aufzuhalten, was echt cool ist. Also ihr bekommt keine Sterne, wenn ihr in die Militärbasis reinfahrt. Ihr habt da sozusagen eine beschränkte Zugangsberechtigung. Das steht zumindest immer dran, wenn ihr reinfahrt. Richtig cool. Sollte man auf jeden Fall nutzen. Und dazu kommt natürlich, dass man bei dieser Lage viel zentraler auf der Map ist und überall zügig hinkommt mit einem Fluggefährt, anstatt dass man da ganz unten rumlungert auf der Map. Und das ist auch noch ein Punkt, der einfach für diesen Hangar am Fort Senkudo spricht. Was die Ausstattung angeht, empfehle ich euch maximal. Holt euch noch den Wohnbereich für 235.000 Dollar. Einfach, dass ihr einen Spawn auf euren Hangar setzen könnt und dann eben schnell dorthin gelangen könnt. Das macht auf jeden Fall Sinn, die Zeitersparnis. Aber theoretisch trägt es nicht zum Business bei. Ihr spart euch lediglich Zeit. Für das Business an sich braucht ihr nichts davon. Der Rest ist sozusagen alles kosmetisch. Es gibt was gegebenenfalls auch für die meisten Interessantes. Die Werkstatt für 1.150.000 Dollar, um dort seine Fluggefährte eben zu upgraden, die man im Hangar lagert. Das ist cool. Das kann man ja aber auch auf jeden Fall noch später sich ausrüsten. Denn auch das trägt zum Business an sich nichts bei. Und darauf haben wir heute den Fokus, aufs Geld verdienen, wie so oft. Aber man darf nicht vergessen, der Hangar dient eben auch als Hangar, logischerweise. Und ihr habt nur hier die Möglichkeit, eure Fluggefährte einzulagern, bis zu 20 Stück. Und nur hier könnt ihr die auch, wenn ihr diese Werkstatt eben ausgerüstet habt, aufpimpen. Was auch echt unabhängig von dem Unternehmen an sich ein gutes Argument für den Hangar ist. Und eben auch cool, dass das wirklich eine Immobilie ist, die einen sinnvollen Nutzen hat, unabhängig vom Geld verdienen. Also ja, spricht auf jeden Fall alles für den Hangar. Kauft euch das Ding auf jeden Fall und dann geht's weiter. Mittlerweile kann man anscheinend diese Einrichtungsmissionen, wenn man sich einen neuen Hangar kauft, einfach skippen für 20.000 Dollar. Die Möglichkeit gibt's anscheinend. Oder ihr macht einfach kurz die Einführung, wie ihr wollt. Und dann geht's weiter. Jetzt geht's natürlich darum, wie man hier mit Kohle machen kann. Dazu begebt ihr euch am besten hoch in euer Büro im Hangar. Dort setzt ihr euch dann an den PC. Dafür müsst ihr entweder VIP-CEO oder MC-Präsident sein. Das sollte ja eigentlich kein Problem darstellen. Und dann landet ihr an eurem Laptop auf dieser Übersichtsseite. Und dann gibt es noch zusätzlich diesen Beschaffen-Reiter und auch den Verkaufen-Reiter. Das Unternehmen funktioniert nämlich eigentlich ganz simpel. Ihr geht auf Beschaffen, klickt auf eine bestimmte Produktart, beschafft diese, lagert so viele ihr wollt davon ein und verkauft diese am Ende in einer Verkaufsmission. Wichtig schon mal jetzt zu sagen, es gibt bei den verschiedenen Produkten unterschiedliche Boni, die ihr nachher absahnen könnt. Und es gibt auf jeden Fall seit dem letzten Update beim Beschaffen ein paar Änderungen. Nämlich könnt ihr jetzt einmal Kisten beschaffen, indem ihr ähnlich wie zum Beispiel bei den CEO-Kisten einen Mitarbeiter losschickt. Das ist in dem Fall der Rooster. Das kostet euch 25.000 Dollar und der geht dann los und kommt nach 48 Minuten wieder zurück, also nach einem GTA-Tag und bringt euch mindestens eine Kiste zurück. Also das heißt, er kann auch zwei Kisten oder mehr scheinbar mitbringen. Das ist ganz cool, aber das würde ich euch nicht empfehlen zu machen, denn Rooster holt euch nur random ein Produkt und ihr könnt euch eben nicht aussuchen, welche Produktart er holt. Es ist aber sehr wichtig, immer die richtigen Produkte zu beschaffen, um eben das Beste aus dem Unternehmen rauszuholen. Dazu natürlich gleich noch mehr. Die wichtigste Änderung, aber was das Beschaffen von den Produkten angeht, ist, dass man nun auswählen kann, ob man eben per Luft oder per Land eine Beschaffungsmission macht. Früher gab es nur die Luftbeschaffungsmissionen, aber die neuen Landmissionen sind eben einfach viel einfacher, gehen viel schneller und das ist einfach eine mega Änderung. Also auf jeden Fall immer die Landmissionen machen, nie per Luft auswählen. Und dann schafft ihr das meistens wirklich in 5 bis 7 Minuten, so eine Beschaffungsmission abzuschließen und wieder zurück im Hangar zu sein. Manchmal sogar noch ein bisschen schneller. Es gibt verschiedene Arten von Beschaffungsmissionen, die sich immer wieder abwechseln oder auch variieren. Dabei gibt es auch ein paar Tricks, um das Ganze eben auch schnell wie möglich zu erledigen, die ich euch jetzt zeigen werde, damit ihr da auch gut gewappnet seid. Also eine Art von Beschaffungsmission ist, dass es eben eine Absturzstelle gibt und ihr da einfach schnell das Paket finden müsst, euch schnappen müsst und wegfliegt. Ich habe allgemein die Mission meistens mit dem Raichu oder der Oppressor gemacht, aber eigentlich eignet sich auch jeder Heli oder ihr schnappt euch einfach ein Jet in der Militärbasis, wenn ihr aus eurem Hangar rausgeht oder sonst was. Hauptsache, ihr kommt schnell von A nach B. Das ist eigentlich so das Wichtigste bei den meisten Missionen, weil man eben schon viel Strecke zurücklegt. Da ist es eben wichtig, dass man schnell in der Luft unterwegs ist. Aber ansonsten sind diese Missionen relativ simpel. Ich bleibe da immer relativ weit oben über diese Absturzstelle. Ich schaue kurz, ob ich irgendwas blinken sehe. Das ist meistens dann das Paket auf dem Boden. Dann weiß ich, wo es ist, sammle das ein und kann wieder abhauen und muss da gar nicht groß viele Leute killen. Eine weitere Art von Beschaffungsmission ist, dass ihr erst zu einem gewissen Ort fahren müsst. Dort müsst ihr dann einen Generator zerstören, weil eben das Paket hinter einem verschlossenen Tor versteckt ist. Auf den Generator schießt ihr dann oder jagt den irgendwie in die Luft und dann könnt ihr eben durch das Tor durch euch das Paket schnappen und wieder zum Hangar zurückfliegen. Auch easy. Es gibt da noch zwei ein bisschen nervigere Missionen, wie ich finde. Einmal steht dran, infiltriere den Deal. Aber an diesem Spot befindet sich auch immer ein rot-brauner Anhänger, den ihr eigentlich immer leicht identifizieren könnt. Den solltet ihr eigentlich mit einem LKW klauen und dann zum Hangar zurückbringen. Das würde aber immer sehr lange dauern, weil das einige Kilometer sind, die man da mit einem Truck zurücklegen muss. Und genau deswegen ballert ihr einfach mit eurem Jet, eure Oppressor oder eurem Raketenwerfer auf den Anhänger, bis der eben kaputt geht. Denn dann ist nicht die Mission abgebrochen, sondern es spawnt eben das Paket. Und ihr könnt euch das genauso wie auch davor einfach schnappen und wieder zurück mit eurem Luftgefährd der Wahl zum Hangar fliegen. Mega geiler Zeitersparendes Trick. Sehr wichtig, dass ihr das so macht. Da spart ihr euch wirklich einige wichtige Minuten, was das Beschaffen angeht. Bei diesen Missionen wird man irgendwie oft mies beschossen von den ganzen Leuten, die da sind. Manchmal habe ich die alle gekillt. Manchmal habe ich aber auch einfach schnell den Anhänger kaputt gemacht. Bin da schnell reingeflogen und wieder abgehauen, ohne zu sterben. Ihr werdet da sicherlich euren Way to go finden, wie das am besten klappt. Und dann ist die Mission eigentlich auch easy machbar. Jetzt noch die letzte Art von Beschaffungsmission. Die ist auch ein bisschen nerviger und dauert oft ein bisschen länger. Aber auch die kriegt ihr relativ zügig hin, wenn ihr ein, zwei Tricks beachtet. Und zwar müsst ihr da erstmal auf dem Boot. Dann müsst ihr erst einen Spot an einem Strand abklappern. Dann zeigt sie euch, dass ihr raus auf See fahren müsst zu diesem Boot. Da müsst ihr dann die Leute killen, einen Schalter umlegen, sodass die Kiste eben fallen gelassen wird. Dann schnappt euch das U-Boot, was daneben an dem Wasser liegt. Holt kurz die Kiste hoch und dann müsst ihr mit diesem U-Boot und der Kiste eben an einem bestimmten Punkt an Land fahren. Der Teil geht eigentlich relativ fix. Man hat zwar das Gefühl, dass das U-Boot immer sehr langsam ist. Aber wenn man da mal ein bisschen reingekommen ist, geht das recht zügig. Nur dann, wenn ihr dann an Land seid, wartet dort ein LKW auf euch, in den diese Kiste dann reingepackt wird. Und dann solltet ihr mit dem LKW wieder zum Hangar zurückfahren. Was wieder wirklich sehr lange dauern würde und genau deswegen ballern wir auch auf diesen LKW einfach ein, bis der explodiert. Dann spawnt er wieder das Paket, schnappt euch das Ding und fliegt mit eurem Fluggefährt schnell zurück zum Hangar. Das sind meine zwei Tipps, die ich gerade für diese zwei nervigen Missionen habe. Sehr, sehr wichtig, dass ihr das so macht und an der Stelle auch ein fetter Shoutout an TGG. Von dem habe ich nämlich diese zwei Tipps. Ich bin da nicht selber drauf gekommen, Freunde, bin ich euch ganz ehrlich. Aber ich finde sie sehr wichtig, deswegen habe ich die auch hier ins Video reingepackt. So, das erstmal zu den ganzen Beschaffungsmissionen, die es so gibt. Ich hoffe, ich habe da genügend Tipps euch geben können. Wenn ihr dann eine Produktsorte in den Hangar eingelagert habt, ist da erstmal eine kleine Cooldown-Zeit drauf, bis ihr wieder eine weitere Kiste beschaffen könnt. By the way, nur zur Info, solltet ihr zum Beispiel zu zweit, zu dritt oder zu viert eine Mission machen, gibt es natürlich jeweils so viele Kisten, wie auch Personen bei dieser Mission mithelfen. Aber das ist hier ja ein Solo-Money-Guide, deswegen als Solo-Spieler holt ihr eben immer nur eine Kiste und müsst dann die nächste Beschaffungsmission machen. Das nur kurz gesagt und grüße genauso an alle meine Solo-Warrior da draußen. Jetzt scheißt erstmal euren Eltern auf die Türmatte. Also ihr lagert eine Kiste ein und dann gibt es eine Cooldown-Zeit, deswegen ist es am besten eine weitere Produktsorte sozusagen abwechselnd einzulagern. Denn die könnt ihr auf jeden Fall wieder starten, um dann eben zwei Produktsorten abwechselnd aufzufüllen, bis beide bei 25 Kisten sind. So spart ihr euch auf jeden Fall die Warterei. Wichtig ist natürlich, dass ihr die richtigen Sorten an Produkten nehmt. Und warum das so wichtig ist, genau darauf gehen wir jetzt ein. Jawohl Leute, ganz wichtig natürlich, schaut da gerne vorbei, easystretcher.shop, Link natürlich in der Videobeschreibung. Da gibt es freshe Shirts und anderen Stuff, auch GTA-related natürlich. Und wenn ich euch hier gerade schon nervt, dann gibt es wie immer auch den Hinweis hier zu meinen Streaming-Zeiten. Die sind in der Regel sonntags 20 Uhr und mittwochs um 19 Uhr. Also gerne schon mal ein Follower auf Twitch dalassen. Manchmal verschiebt sich das Ganze natürlich aber auch mit den Streams. Und um das immer mitzubekommen, gerne auf Instagram reinfolgen, da kriegt ihr alles mit. Und solltet ihr dennoch meinen Stream verpassen, macht euch bitte gar keinen Kopf. Es gibt regelmäßige Stream-Highlights und Stream-Clips auf meinem Stretch-Bad-Kanal. Also schaut auch da gerne vorbei. Wenn ihr Mitspieler sucht, gerne in unseren Discord reinjoin, Freunde. Und wie gesagt, alle Links, die ich eben gerade genannt habe, sind unten in der Videobeschreibung zu finden. Kuss für euren Support und weiter geht es mit dem Video. Ihr seht, ich habe mich dazu entschieden, Betäubungsmittel und Chemikalien. Ja, Freunde, manchmal kriege ich es hin, es richtig auszusprechen und sage nicht Chemikalien. Aber wenn ich mal Chemikalien sage, dann mache ich das, weil es schneller geht. Also nervt mich nie, Alter. Digga, du kleiner, go, Digga. Also keine Ahnung, woher die Aggression ist, kam. So habe ich es nicht gemeint, Leute. Alles gut. Auf jeden Fall habe ich mich entschlossen, diese beiden Produktarten abwechselnd zu beschaffen. Grundsätzlich gibt jede Kiste 30.000 Dollar, wenn ihr die dann am Ende verkaufen würdet. Ihr seht unten, dass ich einmal die gesamte Fracht verkaufen könnte für 1,5 Millionen. Also 50 Kisten, 30.000 Dollar sind 1,5 Millionen, ganz einfache Rechnung. Aber wenn ihr die einzelnen Kategorien für sich verkauft, dann gibt es da einen Bonus oben drauf. Ihr seht, bei meinen beiden steht ein 35% Bonus jeweils dran. Was summiert ja sozusagen viel mehr wäre als diese 1,5 Millionen, wenn ich alles auf einmal verkaufen würde. Denn die unterschiedlichen Produkte bekommen unterschiedliche Boni, wenn man sie alleine verkauft. Wie gerade eben schon gesagt, bei Tabak, Alkohol und gefälschten Waren ist es so, dass ihr für alle 5 Kisten einen 5% Bonus bekommt. Was bei 50 Kisten insgesamt ein Bonus von 50% wäre und zum Beispiel bei 25 ein Bonus von 25%. Bei Schmuck, Edelsteine, Kunstgegenstände und Tiermaterial bekommt ihr alle 10 Kisten einen 12% Bonus, womit wir bei 50 Kisten insgesamt einen 70% Bonus hätten. Bei 25 Kisten wären es aber zum Beispiel nur 24% Bonus, weil das Ganze ja nur in 10er Schritten geht in dieser Produktkategorie. Dafür wären es dann aber bei 30 Kisten 36% und so weiter und so fort. Ich denke, ihr versteht das Ganze. Und bei medizinischen Vorräten, Chemikalien oder Betäubungsmitteln gibt es alle 25 Kisten einen 35% Bonus, womit man bei 50 Kisten einen 70% Bonus hätte. Und somit seht ihr die oberste Kategorie, also medizinische Vorräte, Chemikalien und Betäubungsmittel. Das ist die beste Kategorie, die solltet ihr auf jeden Fall immer machen. Wichtig natürlich, bei 49 Kisten zum Beispiel wären es immer noch nur 35%. Aber bei 50 Kisten, wenn das Lager also voll ist, hat man eben diese 70%. Aber natürlich auch nur, wenn das ein einzelnes Produkt ist, von dem ihr insgesamt 50 Kisten habt. Bei 50 Kisten heißt das dann also, dass man bei einer Kiste 30.000 Dollar und dann 70% Bonus obendrauf für 50 Kisten Chemikalien zum Beispiel 2.550.000 Dollar bekommen würde, was echt brutal ist. Also wie gesagt, es wäre das Beste, wenn man immer 50 Kisten von einem dieser Produkte der obersten Kategorie auf einmal verkauft. Ich habe jetzt aber zum Beispiel 25 von zwei Produkten aus dieser obersten Kategorie. Und das Problem ist, man kann maximal 50 Kisten insgesamt in seinem ganzen Lager haben. Das ist ja leider eben dieser Cooldown-Zeit geschuldet. Und das ist wirklich der einzige Punkt, der bei diesem Unternehmen noch wirklich nervt. Darauf werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn wir uns die ganzen Zahlen mal gemüsslich einverleiben werden. Noch davor kurz zu den Verkaufsmissionen, ganz wichtig, dass ihr da den groben Ablauf wisst. Denn die haben früher eigentlich mitunter dafür gesorgt, dass das ganze Business einfach nicht rentabel ist. Früher hatte man, sobald man eine gewisse Anzahl von Kisten verkaufen wollte, immer mehrere Verkaufsfahrzeuge, die gesponsed sind. Und das kennt ihr auch aus anderen Unternehmen, nervt einfach nur. Aber seit der letzten Änderungen gibt es nicht nur bei den Beschaffungsmissionen, sondern auch bei den Verkaufsmissionen die Möglichkeit, die Option per Land auszuwählen. Und ja, liebe Leute, das ändert einfach alles. Denn bei diesen Landverkaufsmissionen wird immer nur, egal wie viele Kisten ihr verkauft, ein Verkaufsfahrzeug spawnen. Egal, ob ihr 50 oder 5 Kisten auf einmal verkauft, das ist ein absoluter Traum. Hammeränderung. Und genau so sollte es eigentlich bei jedem Unternehmen sein. Stellt euch das mal bei den MC-Unternehmen vor. Die Dinger werden mit einer kleinen Änderung von jetzt auf heute komplett profitabel und wirklich solofreundlich. Also jetzt ist das Ganze auf jeden Fall richtig easy. Ihr fahrt einfach mit einem Truck einen Anhänger weg. Oder mit einem aufgemotzten Mini ein paar Stationen abklappern. Oder mit so einem wilden Geländeding. Fahrt ihr ein paar Spots vorbei und lasst da die Ware legen. Das sind echt chillige Missionen. Wirklich solofreundlich. Und mich freut es einfach, wenn Rockstar einfach auch mal ein paar sinnvolle Änderungen macht. Aber jetzt genug zu den Verkaufsmissionen. Wir gehen weiter zu den Zahlen und auch zur Gewinnberechnung. Denn das interessiert ja, denke ich, die meisten auch sehr. Wir haben leider, wie gesagt, nur noch ein Problem bei diesem Unternehmen. Wenn man 50 Kisten von einer Sorte Produkt einlagern will, müsste man jetzt als Solospieler bei der obersten Kategorie immer 4 Minuten warten, bis man eine neue Kiste beschaffen darf. Die Cooldown-Zeit sind 4 Minuten und da kommen wir nun auch nicht rum. Das wären bei 50 Kisten, wenn man die beschafft, 200 Minuten Wartezeit, bis das Lager voll ist. Also über 3 Stunden reine Wartezeit. Nur wegen dieser Cooldown-Zeit. Und das muss wirklich nicht sein, weswegen wir uns einfach dazu entscheiden sollten, immer abwechselnd zwei Sorten einzulagern. Nur kann man, wie gesagt, insgesamt nur 50 Kisten in seinem kompletten Lager haben. Also bekommen wir diese beiden Sorten dann nur auf 25 Kisten je Sorte voll. Und deswegen haben wir leider nur zweimal den 35% Bonus, was sehr geil ist. Aber eben nicht diesen 70% Bonus, den man hätte, wenn man eigentlich 50 Kisten von einer Sorte bekommen würde. Wir können beide 25 Kisten jeweils verkaufen für 1.12.500, also insgesamt 2.025.000. Hätten wir einen Stapel mit 50, gäbe es dafür 2.550.000. Also es entgehen uns leider über 500.000 Dollar mit dieser Methode an Boni. Aber wir sparen uns eben auch über 3 Stunden Wartezeit. Also ist das, denke ich, der beste Deal, den wir hier so machen können und trotzdem auch noch sehr rentabel. So geht es auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen. Wenn man also abwechselnd Kisten besorgt und man braucht je Kiste im Schnitt mit ein bisschen Übungen, zum Beispiel mit dem Raichu oder der Oppressor, 5 Minuten etwa, dann sind 12 Kisten pro Stunde beschaffen möglich. Ich weiß, da hat vielleicht nicht jeder die passende Ausrüstung für, weil der Jet und die Oppressor kosten natürlich auch viel Geld. Aber ich möchte natürlich das Bestmögliche hier mal aufzeigen. 12 Kisten wären an sich ja 360.000 Dollar an Wert. Mit diesem 35% Bonus, den wir dann ja erlangen werden, wenn wir das Ganze verkaufen, sind das aber fast 500.000 Dollar pro Stunde, um genau zu sein, 486.000. Also man lagert 50 Kisten, 25 je Sorte ein und dann dauert das Ganze etwa 4 Stunden, wenn man das mal so hoch rechnet. Macht dann 2 Verkaufsmissionen, weil man jeden dieser Stapel ja einzeln verkauft, um diesen Boni zu bekommen, dann sind das etwa 4,5 Stunden, denke ich, und bekommt dann am Ende dafür 2.025.000. Und somit wären das mit den Verkaufsmissionen vom Zeitaufwand her eingerechnet, realistisch berechnet etwa 450.000 Dollar pro Stunde, weil insgesamt 4 Stunden fürs Einlagern mit den Verkaufsmissionen, wären es dann wahrscheinlich 4,5 Stunden. Da kommt man dann auf die 450.000 Dollar pro Stunde. Und das ist wirklich eine brutale Steigerung zu vorher. Und das Ganze komplett solofreundlich, dass es knallt. Also eigentlich ein richtiges Brett. Und die Triharder unter euch können natürlich, wenn sie das wollen, auch einen 50% Bonus versuchen, in den öffentlichen Lobbys noch mitzunehmen, obendrauf. Damit wären wir dann schon fast bei 700.000 Dollar pro Stunde. Wobei ihr wisst, ich empfehle euch das nicht. Schon lieber eure Nerven und seid auf der sicheren Seite. Aber ja, das Ganze ist möglich, so grob mit dem Ding zu verdienen. Und das ist wirklich stark. Auch noch ein wichtiger Punkt, den ich hervorheben möchte, ist, ihr habt ja für das Business an sich nur etwa 2 Millionen für den Hangar bezahlt und vielleicht noch 230.000 etwa für den Wohnbereich. Also insgesamt sind das 2.320.000 Dollar. Und dann war das Unternehmen auch schon einsatzbereit. Ihr braucht kein Ausrüstungsupgrade oder so, um da noch das Beste rauszuholen, sondern das Ding ist perfekt, so wie es ist. Und wenn ihr dann nach dem ersten Mal voll einlagern, nach 4,5 Stunden euren Verkauf macht, gibt es dafür ja über 2 Millionen knapp. Klar, es kommt noch drauf, dass Ron irgendwie immer einen kleinen Anteil bekommt, aber das ist nur marginal. Deswegen lasse ich das jetzt mal aus der Rechnung außen vor. Das heißt, ihr habt nach der ersten Verkaufsmission mit euren 2 Millionen das Ding fast schon wieder drin. Und sobald ihr das zweite Mal euer Lager verkauft, da seid ihr schon fett im Plus auf jeden Fall. Und dann geht es ab, dass ihr nur noch Profit macht. Klar, man hat das Ganze auch nur in 4,5 Stunden, wenn man auch schon gewisse Fluggefährte etc. hat. Aber am Anfang hat man ja auch keinen Stress. Dann dauert es eben ein bisschen länger. Es geht ja grundsätzlich darum, dass man sagt, und das finde ich einen sehr guten Punkt. Und jeder Anfänger kann sich eigentlich auch theoretisch, wenn ihr in der Militärbasis seid, einen Jet klauen und dann seid ihr damit wenigstens schon mal eine Strecke ziemlich schnell unterwegs. Also ich denke, das Ganze ist relativ realistisch. Man hat sein Geld sauschnell wieder drin und macht schnell wieder Plus. Und das ist einfach ein super wichtiger Punkt, finde ich, den man nicht vernachlässigen sollte. Außerdem, ich weiß, 450.000 Dollar pro Stunde aktiv grinden, klingt tatsächlich verglichen mit dem Kaliopetigo, heißt zum Beispiel nicht viel. Das ist eben nach wie vor die beste Geldmachmethode im ganzen Spiel. Und das ist auch unschlagbar. Zum Kalioguide geht es, by the way, in der Infobox. Da gerne vorbeischauen, Freunde. Aber ansonsten gibt es nicht viele andere Unternehmen, mit denen solche Summen pro Stunde möglich sind. Vor allem auch, wenn man nicht den öffentlichen Lobbybonus mit einbezieht. Also ist das hier wirklich nach dem Kaliopetigo heißt und vielleicht noch mit dem VIP-Auftrag in der Agentur wahrscheinlich eine der besten Aktiv-Geldmachmethoden, die es so gibt im ganzen Spiel. Falls ich hier mal gerade irgendwas übersehen habe, lasst mich das natürlich gerne wissen. Aber dass wir das mal über den Hangar sagen würden, das glaube ich, hätte keiner vor ein, zwei Jahren überhaupt für möglich gehalten. Schade ist nur, dass, wie gesagt, diese Cooldown-Zeiten existieren. Sonst käme man da auf fast 600.000 Dollar pro Stunde ohne öffentlichen Bonus. Aber trotzdem haben sie das Ding wirklich auf eine geile Stufe gebracht, mit der es sich auf jeden Fall bockt. Besonders, wenn dann irgendwann mal Double- oder Triple-Money drauf ist, dann macht das Geld-Grinden wieder richtig Bock und richtig Sinn. Und damit würde ich sagen, kommen wir schnell zu meinem Fazit. Der Hangar ist mittlerweile auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Business. Ich würde jedem empfehlen, aktuell den Hangar zu betreiben und vor allem allgemein auch die Immobilie an sich zu kaufen. Denn zusätzlich dazu, dass es eines der besten Unternehmen im ganzen Spiel ist, wie wir ja schon ausführlich genug jetzt besprochen haben, ist es auch noch eine sehr wichtige und praktische Immobilie. Ihr habt nur hier den Lagerraum für eure Fluggefährte, bis zu 20 Stück. Die sind zwar nicht immer alle sichtbar, weil manche eben woanders verstaut sind, einfach vom Platz her. Aber ihr könnt bis zu 20 Stück einlagern und könnt das Ganze dann managen, welche sichtbar sind und welche nicht an diesem blauen Kreis in eurem Hangar. Ihr habt mittlerweile auch direkten Zugang zur Los Santos Flight School. Das ist ganz cool, könnt ihr auf jeden Fall nutzen. An diesem blauen Schild. Ihr habt auf jeden Fall, wenn ihr den richtigen Hangar kauft, Zugang zum Fort Zancudo. Und das ist einfach mega nice to have und praktisch. Und wenn ihr das Hangar-Business eingerichtet habt, dann könnt ihr auch in eurem Nachtclub, falls ihr schon einen habt, einen Techniker auf dem Bereich Frachtgut und Warenversand ansetzen und damit im Nachtclub passiv zusätzlich Geld noch verdienen durch den Hangar, ohne dafür irgendwas zu machen und auch ohne, dass ihr dafür extra den Hangar betreiben müsst. Für diesen Bereich im Nachtclub braucht man entweder die CEO-Kisten, Lagerhäuser oder eben den Hangar. Eins davon habt ihr jetzt ja auf jeden Fall durch den Hangar. Und das ist auch noch ein Punkt, der in diese Bewertung auf jeden Fall reinspielen sollte. Wirklich, wirklich mittlerweile nur noch zu empfehlen, das Ding Hangar, richtig geile Immobilie, sollte man sich auf jeden Fall holen. Und der Nachtclub natürlich auch sehr zu empfehlen, von dem wir jetzt gerade schon von dem Thema haben. Bestes Passiv-Unternehmen ever. Falls ihr dazu noch einen Guide gerne anschauen möchtet, in der Infobox geht es natürlich zum passenden Video. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und damit würde ich sagen, soll es das dann auch mit meinem Fazit und auch mit diesem Video über das Hangar-Unternehmen sein? Ich denke, es war wichtig, das Ganze jetzt nochmal ausführlich zu beleuchten. Jetzt, wo es wahrscheinlich alle Änderungen hinter sich hat, Hammer-Unternehmen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit dem Video irgendwie weiterhelfen. Falls das der Fall ist, freut mich das natürlich. Gerne dann auch auf Ehre noch einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich natürlich wie immer sehr supporten. Und auch sehr supporten würde mich, wie gesagt, wenn ihr einen Follow auf Twitch und Instagram da lasst, wenn ihr bei meinem Zweitkanal vorbeischaut, in unseren Discount noch rein, joint auf süß und natürlich auch noch gerne bei meinem Shop vorbeischaut, Freunde. Die Links zu allen eben genannten Dings sind wie immer in der Videobeschreibung. Checkt das alles gerne aus. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen, Freunde. Und schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid, Freunde. Kuss geht raus auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit in GTA. Macht's gut. Ciao, ciao. Also gut, Spitzkopf. Deine Zeit läuft ab. Du nennst mich Spitzkopf?